Hallo, mein Name ist Sven. Ich bin 37 Jahre alt und ich bin 2013 an dem Goiobare-Syndrom, Abkürzung ist GBS, erkrankt. Die Ärzte sagten mir, dass die Erkrankung durch eine Impfung gekommen ist, die ich kurz davor hatte. Die Aussage war dann letztendlich, dass ich mich nicht mehr impfen lassen darf, weil einfach die Gefahr zu groß ist, dass ich dieses Goiobare-Syndrom wiederbekommen könnte. Bei mir hat die Genesung ungefähr ein Jahr gedauert mit Reha-Maßnahmen, dazu auch psychologische Betreuung. Es war doch eine sehr, sehr harte Zeit, die ich persönlich nicht nochmal haben möchte. Jetzt gibt es das Problem Corona. Es sind weitreichende Maßnahmen ergriffen worden. Es wird über Impfpflicht oder die allgemeine Impfpflicht gesprochen und jetzt habe ich natürlich das Problem, wie ist es denn in meinem Fall? Mein Hausarzt hatte mir eine Bescheinigung gegeben, in der drin steht, dass ich mich nicht impfen lassen darf aufgrund der Erkrankung. Und ja, das ist das Problem. Ich habe zwar die Bescheinigung, aber viele pochen auf ihr Hausrecht und sagen, es ist uns eigentlich scheißegal, ob du eine Bescheinigung hast oder nicht. Wir nehmen unser Hausrecht in Anspruch. Es ist 2G. Entweder bist du geimpft oder genesen. Ansonsten kommst du bei uns nicht rein. Was die Politik sagt und was die Realität ist, das geht leider immer sehr weit auseinander. Und von daher habe ich mich mit sehr vielen Ärzten unterhalten und gefragt. Mensch, wie ist es denn in meinem Fall mit der Erkrankung? Darf ich mich impfen lassen? Wie groß ist das Risiko, dass ich wieder an dem Guillain-Barré-Syndrom erkranke? Ja, die Ärzte, einige sagen nee, lieber nicht. Dann gibt es wieder Ärzte, die sagen ja, auf jeden Fall, weil man, wenn man denn an Corona erkrankt, auch diese Erkrankung bekommen kann. Ja, ich habe lange überlegt, lasse ich mich impfen, lasse ich mich nicht impfen? Letztendlich sage ich jetzt ja, ich lasse mich impfen. Sehr, sehr ungerne, muss ich dazu sagen. Bei mir ist es auch so, ich selber arbeite in einem Pflegeberuf. Ich arbeite in der speziellen ambulanten palliativen Versorgung und habe natürlich tagtäglich mit kranken Menschen zu tun und habe auch Angst, meine Patienten anzustecken und natürlich auch, dass die Patienten mich anstecken. Und der nächste Punkt ist natürlich, ich habe mit meinen Patienten viele Gespräche. Viele sagen, Mensch, ich habe Angst vor ihm, weil sie nicht geimpft sind, nicht, dass sie mich anstecken. Das ist dann auch wieder so eine Wissenslücke bei sehr, sehr vielen Menschen. Die denken, die Ungeimpften stecken die ganzen Geimpften an und die haben dann Angst vor den Ungeimpften, was meiner Meinung nach ein totaler Schwachsinn ist, weil ob geimpft oder nicht geimpft, jeder kann an dem Coronavirus erkranken. Der einzige Unterschied ist einfach nur die Schwere des Verlaufes. Ich als Ungeimpfter muss eigentlich viel, viel mehr Angst haben, weil wenn ich den Corona bekomme, ist die Gefahr einfach viel größer, dass ich schwerer erkranke, als die, die geimpft sind. Der nächste Punkt ist, ich persönlich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich als Ungeimpfter fahre jeden Morgen in ein Testzentrum, lasse mich testen. Abends zu Hause teste ich mich selber auch nochmal, weil ich habe auch einfach Angst zu erkranken. Und wenn ich erkrankt bin, das dann meinen Patienten, mein Umfeld, meiner Familie weiterzugeben. Das ist der große Unterschied zwischen mir, zwischen mehr als Ungeimpfter und halt den Geimpften, weil die Geimpfte, die testen sich nicht jeden Tag. Also ich denke mal, da sollte man vielleicht auch nochmal versuchen, ein bisschen umzudenken. Nichtsdestotrotz, ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich mich impfen lasse, auch wenn es mir bei dem Gedanken überhaupt nicht gut geht. Ich habe immer noch mehr Angst davor, am GBS zu erkranken, als an Corona zu erkranken. Gott sei Dank bisher, ich hatte noch kein Corona und wenn, dann habe ich es nicht gemerkt. Die Tests waren bisher alle immer negativ und so soll es auch bleiben. Ja, noch mit ein Punkt, warum ich mich impfen lasse, ist einfach die Arbeit. Es ist ja das Gesetz rausgekommen, dass Menschen, die in der Pflege arbeiten, einen Pflegeberuf ausführen, eine Impfpflicht haben. Ich habe zwar die Bescheinigung, dass ich mich aufgrund meiner Erkrankung nicht impfen lassen darf. Ja, nun ist es aber so, dass doch ein Großteil der Ärzte sagt, ja, das ist egal, man kann sich trotzdem impfen lassen und die Bescheinigung dann letztendlich nicht mehr viel Auswirkung hat, beziehungsweise keine Bedeutung mehr hat und mein Arbeitgeber mich dann, wenn ich mich nicht impfen lasse, im März kündigen könnte und ich dann auf der Straße stehe und keinen Job habe. Ist natürlich dann auch nicht so einfach, wieder einen Job zu bekommen und ja, da hängen halt Existenzen dran. Und ich muss sagen, bevor ich meine Existenz verliere, nehme ich das Risiko in Kauf und werde mich impfen lassen. Warum ich dieses Video letztendlich hier auch mache, ist, um euch nahe zu bringen oder zu zeigen, dass es Menschen gibt, die diese Erkrankung haben, diese Erkrankung hatten und Ängste haben, so wie ich sie habe. Und vielleicht, wenn mein Fall alles gut geht, wovon ich jetzt absolut ausgehe und hoffe, dass den Leuten vielleicht es Mut macht, sich auch impfen zu lassen. Ja, und denen dann die Entscheidung vielleicht etwas leichter fällt. Ich will dazu noch sagen, ich bin weder ein Impfgegner noch ein Impfbefürworter. Ich bin der Meinung, jeder Mensch hat das Recht, für sich selbst zu entscheiden, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht. Das sollte jedem selbst überlassen sein und das ist halt ein Bereich, wo die Politik uns unsere Entscheidungsfreiheit nicht nehmen sollte. Wie gesagt, das ist meine Meinung dazu. Ja, wir warten ab, wie es weitergeht. Ich werde euch dann auch mitnehmen zum Impftermin. Heute ist der 17.12.2021. Das heißt, ich habe heute um 15.22 Uhr den Termin. Ich werde das Ganze mit meiner Handykamera verfolgen. Ich werde euch mitnehmen und wie es abgelaufen ist. Ja, das seht ihr jetzt. Viel Spaß. So, ich mache mich jetzt auf den Weg. Es ist gleich 15 Uhr. Und ja, jetzt fahre ich dann zum Arzt runter. Und ja, mal gucken, wie es wird. Ich bin echt aufgeregt. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es aufgeregt ist oder mehr die Angst. Keine Ahnung, was überwiegt. Ja, mal gucken, wie es wird, wenn ich jetzt dann gleich da bin. Auf geht's. Wir machen. Bis zum nächsten Mal. 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 Das Zeug ist jetzt drin. Und ich hoffe, dass alles gut geht. Bis zum nächsten Mal. Was so die Nebenwirkungen sind und wie ich mich fühle und ob ich irgendwelche Probleme bekommen habe. Ganz wichtig noch zu sagen, die Ärzte, mit denen ich gesprochen habe, die haben mir natürlich empfohlen, dass ich, wenn ich mich impfen lasse, dann nur BioNTech. Weil da gab es wohl bis jetzt noch gar keine Probleme im Bereich von den Guillain-Barre-Syndrom und von daher habe ich mir oder lasse ich mir den BioNTech-Impfstoff spritzen. Ja, ansonsten, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann lasst einfach ein Abo da, aktiviert die Glocke, so werdet ihr sofort benachrichtigt, wenn das nächste Video von mir hochgeladen wird. Und ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet im Bereich, was ist das Guillain-Barre-Syndrom eigentlich, dann schreibt es einfach in die Kommentare und ich werde dann nochmal ein Video für euch vorbereiten, wo ich euch dann gerne erkläre, was das für eine Erkrankung ist, wie der Ablauf ist und wie es denn mit den Heilungschancen ist und wie es bei mir abgelaufen ist. Okay, ansonsten wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag.